Hi Leute, ich bin Kadel und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir haben seit Langem wieder ein Bokoll. Ich glaube, ich habe jetzt seit zwei Monaten mal so kein Bokoll gemacht. Also ich glaube, letzten Monat kam auf jeden Fall keins und davor der Monat, ich weiß es nicht. Zwar, ich weiß schon gar nicht mehr, ob da jetzt acht oder neun Bücher drin sind. Ich weiß nur, dass mein Sub zu hoch ist. Sollten alle im Zustand sehr gut sein. Ich bin zuvor, um nachzugucken. Dieses Mal sind wirklich nur verschiedene Bücher drin, also keine Mangas. Ich glaube, ich habe was Englisches mit dabei. Ich habe auf jeden Fall Fantasy mit dabei und Romance sowieso. Ich bin mir nur gar nicht sicher, ob ich was Englisches mit reingetan habe oder nicht. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen das schöne Paket hier einmal auf. Es ist wenigstens keins, wo ich Probleme haben werde. Ich mache hier einfach nur so. Ah gut, wir haben Filmmaterial. Mehr Filmmaterial. Ah, ich habe doch was Englisches bestellt. Ich stelle einfach mal das Paket nach unten und dann ziehe ich wieder raus. Wir haben als erstes ein Englisches Dark Romance Buch, soweit ich weiß. Schon länger auf meiner Wishlist, aber kam ich nie dazu, das zu holen, weil es war mir dann doch ein bisschen zu teuer. Bin aber mehr gespannt auf den zweiten Teil. Da habe ich ein bisschen was auf TikTok gesehen. Aber na gut, und zwar ist es The Sweetest of William. Ich habe mal wieder keine Ahnung, worum es geht. Vor einem Jahr eventuell hätte ich es euch sagen können. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Wie gesagt, ich weiß nur, dass es da von uns ist. Jetzt muss ich mal gucken. Also es hat keine Leserin, es ist ein bisschen angeditscht. Ah, das war's. Mehr Menge hat dieses Buch nicht und ich glaube, ich habe die Hälfte gespart oder so. Also mindestens 5 Euro. Ein bisschen mehr gespart auf den zweiten Teil. Ich glaube, sie sind alle unabhängig voneinander lesbar, aber ich lese dann doch lieber am Anfang der Reihe. Und zwar habe ich mir mitgenommen The Perks of Being a Wallflower. Habe ich öfters gesehen, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht, welchen Genre, überhaupt irgendwas, keine Ahnung. Ist aber hier in einem sehr guten Zustand, sieht aus wie neu. Nichts angeditscht, keine Leserin, gar nichts. Keine Ahnung, wie viel ich gespart habe. Ich habe es einfach mitgenommen. Das nächste Buch ist ein deutsches New Edit Buch von einer meiner Lieblingsautorinnen. Das allererste Buch von meiner Lieblingsautorin, soweit ich weiß, ob es so ihr Debüt. Und es war mir doch im Normal zu teuer, aber ich wollte es unbedingt lesen. Und jetzt habe ich das halt für gut unter die Hälfte bei Rebuy gefunden. Ist jetzt auch das einzige Buch von ihr, was ich nicht signiert hier habe. Aber ich hatte voll Angst, dass es jetzt so voll kaputt ankommt oder so. Aber es hat einen sehr guten Zustand. Es ist ein bisschen vorne, das Cover, aber dadurch, dass es keine Klappe hat, ist es okay. Writers in New York von Gabriela Santos de Lima. Und ja, ich wollte das unbedingt auch lesen. Demnächst kommt ihr neues Buch raus, der zweite Teil von ihrer Jetzt-Reihe. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Ich gehe davon aus, dass es mir gefallen wird, aber ich weiß noch nicht, ob es mich zu 100% überzeugen wird. Weil ich weiß noch, dass ich mit Flaming Clouds ein paar Probleme hatte, da überhaupt reinzufinden. Und das war jetzt zweites Buch, soweit ich weiß. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es teilweise mich nicht so ganz überzeugen könnte. Vielleicht auch komplett umhauen. Entweder oder. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Zwei Bücher mit Farbschnitt. Ich weiß nicht, ob der Farbschnitt normal ist. Fragt mich nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe die bisher noch nicht mal im Laden gesehen. Also jedenfalls bei mir nicht. Also eins von den beiden hat keine Leserillen. Das andere hat Leserillen. Aber sonst hat es einen recht guten Zustand. Dadurch, dass die Cover so spiegeln, sind sie halt recht schmutzig. Also das passiert bei den Covernen sehr schnell. Deswegen ist es so okay. Und zwar habe ich mir, und ich darf die noch gar nicht lesen, aber ich bin so gespannt darauf, weil ich mich schon gespoilert habe, um wen es geht. Da habe ich mir King of Scars und Who of Wolfes mitgenommen. Die soll man nach das Lied der Krähen und das Gold der Krähen lesen. Und das Lied der Krähen habe ich da. Das Gold der Krähen aber noch nicht. Das hat sich jetzt noch nicht so ergeben, weil das wollte ich auch bei Rebar eigentlich holen, weil sie dann doch recht teuer sind. Die beiden hier haben Farbschnitt. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Wie gesagt, ich habe die noch nie im Laden gesehen. Bei mir jedenfalls. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Aber ich werde das in der richtigen Reihenfolge lesen, auf jeden Fall. Ich werde nur mal schauen, wann ich zu das Lied der Krähen komme. Weil also diesen Monat habe ich das jetzt eigentlich noch nicht vor. Aber wenn ich jetzt gut mit meinem TBR durchkomme und dann nicht weiß, ich würde nämlich gerne auch wieder was Fernsehmäßiges lesen, dann werde ich wahrscheinlich dazu greifen oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ja noch ein paar andere Sachen da, aber na gut. Ah, dann kann ich direkt weiterlesen. Zwar hatte ich mal wieder los auf so Smalltown, Romance, wasmäßiges. Ich habe noch einiges da, ja. Auch wenn ich jetzt sagen würde mal was Neues. Ich habe was Neues da, ja. Ich habe sogar Neuerscheinungen da. Und zwar habe ich mir Still Into You mitgenommen. Und ja, habe keine Ahnung mehr, worum es geht. Wieso ist auf meiner Wisch das wahr? Weiß ich auch nicht mehr. Das war, wo es rauskam auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir so, ey, das kostet nicht viel. Ich nehme es einfach mal mit. Und zwar das nächste Buch ist ein Debüt von einer Buchbloggerin, die ich sehr gerne verfolge. Ich habe aber ihr Buch nicht vorbestellen können bei der Graf-Signi-Aktion. Und da dachte ich mir jetzt, ich nehme es mal ganz sneaky auf Reba mit. Hat auch einen sehr guten Zustand. Das ist nicht angeditscht. Keine Leserinnen, gar nichts. Und zwar geht es hier um Drawing Shadows. Ich fühle mich ein bisschen scheiße, weil ich es jetzt auf Reba geholt habe. Aber gleichzeitig war ich auch ein bisschen zu geizig. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Also schaue ich auch einmal, wie das jetzt mit meinem Sub läuft. Ansonsten nächsten Monat sofort. Dann habe ich eben schon gesehen, weil ich nur mal wissen wollte, was habe ich denn sonst noch bestellt. Das nächste Buch kam mit einem Farbschnitt an. Und ist ein schöner Farbschnitt. Ich sage nichts gegen den Farbschnitt. Er ist wunderschön. Ich weiß nicht, von wo der Farbschnitt ist. Ich habe das dort nicht verfolgt gehabt. Problem ist, jetzt passt es nicht zu den anderen Büchern, weil da habe ich natürlich keinen Farbschnitt. Und zwar habe ich mir den dritten Teil von The Sequel Book Club geholt. Und zwar hatte ich die Reihe angefangen im letzten Monat. Und sie gefällt mir wirklich gut. Und dann dachte ich mir so, ey, wenn der dritte Teil schon drin ist, dann nehme ich ihn auch mit. Hat keine Leserien, ist nicht angeditscht und hat den Farbschnitt. Also passt jetzt nicht zu den anderen. Aber ich freue mich natürlich auch, dass ich einen Farbschnitt habe, der irgendwo exklusiv war. Ich weiß noch nicht, wo. Ich weiß nicht mal, dass es eine Farbschnittausgabe gab. Also es ist halt höchstens hier vorne am Cover ein bisschen angeditscht. Aber das ist sonst auch das Einzige, was da dran ist. Und ich habe, glaube ich, die Hälfte bezahlt oder so. Also ich habe gut was gespart. Und dann kommen wir zu dem letzten Buch, was ich jetzt auch schon ziemlich hinausgezögert habe zu kaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich gespart habe. Aber auf jeden Fall so viel, dass es sich für mich gelohnt hat. Und zwar, eigentlich wollte ich auch dieses Buch bei Graf vorbestellen in der Signia-Aktion. Aber habe ich nicht getan. Ich wollte den ganz normalen eine Chance geben. Und zwar habe ich mir kein Horizont zu weit von Alexander Flint geholt. Ich habe bisher die Bücher, die rauskamen, gelesen. Ich glaube, ich habe eins oder so nicht gelesen oder zwei oder so. Save Me in Marble Creek habe ich auch gelesen. Das war aber eher so weniger meins. Deswegen hatte ich das auch aussortiert gehabt. Aber es war halt nicht so ganz das, was meinen Geschmack betrifft. Also ich dachte, es wird so eine cozy Kleinstadt-Romance. War es aber nicht. Das Ganze hier spielt auf Silt. Und ich bin halt einfach gespannt, ob es in der Richtung geht, die mir gefallen könnte oder nicht. Und wollte deswegen nochmal dem Ganzen eine Chance geben. Jetzt ist auch schon der zweite Teil draußen. Also ich denke, ich werde das in absehbarer Zeit lesen, um herauszufinden, ob ich dann weiterlesen möchte oder nicht. Oder ob ich dann, okay, New Edit eventuell weniger Fantasy gerne. Und das war es auch dann schon wieder mit meinem Book Haul. Ein Raum tue ich morgen für mich. Aber ich werde es wahrscheinlich mit aufnehmen. Also seht ihr das im Vlog von dieser Woche. Also könnt ihr da gerne draufklicken. Ich kann ihn auch gerne nochmal am Ende verlinken. Und zwar war es das auch schon wieder mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Bücher ihr davon kanntet oder welche vielleicht auch schon auf euren Subson, was ihr davon gelesen habt, irgendwie das fandet oder so. Ansonsten in der Woche kommen immer drei Videos online, deswegen könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und wenn ihr nicht genug von mir bekommen könnt, dann checkt gerne in der Videobeschreibung meine Social Media Links ab. Ansonsten sehen wir uns am Samstag zu meinem Neuzugangsvideo wieder. Und bis dahin, tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!